Darf ich mitfahren? Ja, warum nicht? Ah, das ist aber urnöt. Sie dürfen sich nicht wundern, dass ich meine Kamera mit habe. Aber in Fieberbrunn ist heute die Staatsmeisterschaft für nicht konventionelle Filme. Wie weit ist in Fieberbrunn? Nur 10 Minuten. Ich habe ja früher immer nur eine kleine Videokamera gehabt. Aber wie ist es mit so einer? Und man wird als Frau unter den Filmern gleich ernst genommen. Und das ist schon das 58. Mal die Staatsmeisterschaft. Wie weit ist es nach Fieberbrunn? 20 Minuten. Aber das waren doch erst gerade 10 Minuten. Ja, das stimmt. Aber ich fahre nach Salzburg.